Steinbock Sie könnten heute zu den Glücklichen gehören, denen das Schicksal oder auch ein eifriger Lover am Valentinstag Liebesglück auf dem Silbertablett serviert. Man will sie heute mit einem süßen Briefchen, Rosa, Macarons oder Ihren Lieblingsblumen überraschen. Da Venus und Mars sehr günstig laufen, könnten auch Sie auf jemanden zugehen, der Ihnen am Herzen liegt. Ihre Bemühungen werden auf ein unerwartet positives Echo stoßen. Das dürfen und sollten Sie für sich nutzen.